hi freunde und herzlich willkommen hier war archie gaming floh wieder am start heute gibt es weiteres quad building challenge heute in diesem video wollen wir uns um die erste fortgeschrittenen spc hier auf dem kanal kümmern und dass die hybrid nationen spc meister die puzzles indem du immer schwerere teams mit mehreren ländern eintauscht und als gruppen reward bekommen wir heute ein 55k set also kein schlechter reward ein seltenes mega pack und die letzten tage haben uns schon um die basis spcs gekümmert legen wir los weiter geht's auf dem weg nach oben und liga nationen grundlagen spc bei der liga nationen grundlagen spc die ich gestern hochgeladen habe ja da haben wir tatsächlich eine icon gezogen falls ihr das verpasst habt checkt das gerne auf dem kanal ab ja und heute wie gesagt wollen wir uns um die hybrid nation spc kümmern die nächsten tage wird natürlich dann weitergehen hybrid liegen spc und liga nationen hybrid spc wird euch auf jeden hier erwarten können insofern ja falls ihr generell keine spc mehr verpassen wollt ob jetzt in der promo woche oder generell jetzt hier zum beispiel auch die fortgeschrittenen spcs dann lasst doch einfach gern auf kostenfreier basis einfach ein abo da gern auch die glocke aktivieren wenn ihr generell kein fifa 20 content mehr verpassen wollt hier auf dem kanal mich würde es auf jeden fall freuen armin natürlich auch und ja in dem sinne würde ich sagen starten wir rein natürlich auch gern den like button zerstören weil ich euch wieder helfen kann bei der jeweiligen spc ich werde euch tipps und tricks heute wieder mit an die hand geben 300 likes gebe ich heute wieder als ziel raus wenn wir das natürlich so schnell wie möglich schaffen könnten ja da bin ich mal gespannt was haben wir im 55 kasse drinnen schreibt mir gerne in die kommentare falls ihr spc schon gemacht habt was habt ihr gezogen in der jeweiligen spc ab damit in die kommentare und dann starten wir jetzt rein hybrid nation spc vier segmente müssen wir abgeben sehen wir auf jeden fall schon mal und da haben wir einmal vierer wir haben sechsfach wir haben elite achter und rund um die welt also die vier spcs stehen an fangen wir mal an mit der vierer spc und da möchte ich wie gesagt wieder tipps und tricks mit an die hand geben was ist mein prinzip was ich hier angewendet habe könnte das ganze eins zu eins nachbauen und zu der spc kann ich auf jeden fall schon mal sagen das ganze könnt ihr tatsächlich eins zu eins nachbauen gehen wir aber erstmal auf die voraussetzung ein die sehen wir auf der rechten seite da unten quasi unter mir nationalitäten genau vier wir haben spieler mit derselben nationalität maximal vier die wir benutzen müssen haben wir natürlich auch maximal vier benutzt spieler aus derselben aus einem verein maximal zwei haben wir hier benutzt aber wir müssen maximal vier oder können wir benutzen maximal vier zwei haben wir benutzt selten mindestens vier vier haben wir auch benutzt und wir haben team gesamtwertung haben mindestens eine 70 71 teambewertung habe ich am start und die teamchemie liegt bei mindestens 80 jahr und 90 ist hier das was wir erreicht haben insgesamt haben wir 1 2 3 4 spieler eingekauft den stürmer den linken mittelfeldspieler und die beiden innenverteidiger die aus deutschland kommen die habe ich jeweils auf dem transfermarkt eingekauft der rest ist erstbesitzer so und wie geht er jetzt vom prinzip her vor mein erster tipp ist auf jeden fall in die mitte einmal mit einem verein nicht mit einem verein zu machen sondern mit einer liga und einer nation voll zu machen in meinem fall ist das jetzt hier die chilenische liga mit drei chilen das kann jetzt aber in dem fall auch zum beispiel die spanische liga mit drei spaniern sein das ist erstmal so komplett egal vom prinzip auf jeden fall hier gerne die spiele alle rein stellen und das können wir auch hier noch einmal tauschen zack dann kommen wir sogar plus zwei chemie der z&m natürlich z&m z&m so passt alles perfekt zueinander also also hier könnt ihr auch gerne übrigens das ganze so machen dass zum beispiel ein z&m im z&m hinstellt wenn ich denn da hinkomme mein gott das geht ja gar nicht mehr fit bei fifa 20 also wie gesagt die müssen nicht komplett auf der richtigen position sein das ist überhaupt kein problem ihr könnt auch alle wenn ihr bock habt wie gesagt kaufen auf dem transfermarkt und ja wie geht ihr dann vor wir haben ja wie gesagt nationalitäten genau vier am start deshalb direkt in eine neue nation und das ist in dem fall jetzt mal deutschland da habe ich ein torhüter aus deutschland zwei innenverteidiger und den rechten mittelfeldspieler genommen ja und da muss ja wie gesagt darauf achten dass wir auch seltene spiel am start haben deshalb habe ich wie gesagt die beiden deutschen seltenen noch dazu gekauft weil ich halt die seltenen wie gesagt brauchte ja und dann sind wir noch in eine weitere nation gegangen die dritte nation insgesamt haben wir dann in spiel uns spanien entschieden für die spanische erste liga und für spanische spieler innenverteidiger lm und stürmer und dann braucht wir noch eine vierte nation denn genau vier nationalitäten brauchen wir hier und da bin ich wieder in die erste spanische liga gegangen aber diesmal mit einem argentinian also quasi mit einem mit einer nation die quasi noch nicht vertreten ist um das so einfach zu sagen und so war das ganze fertig spieler mit der selbstität maximal vier da ist darauf geachtet deutschland wie gesagt maximal noch vier benutzt dann haben wir drei chileen drei spanier und den einen argentin ja die seltenen sind auch abgedeckt die teamwertung ist abgedeckt und wie gesagt die teamschmie ist auch abgedeckt falls das ganze jetzt eins zu eins nachbauen wollt hier aber kurz die namen durch die feuer und dann haben wir ihn am start ich werde das ganze jetzt nicht vorlesen ihr seht es sieht auch übrigens auch für wichtig wie viel ich die gekauft habe und das war wirklich auch nicht wirklich viele kreuz die ich da ausgegeben habe erst bisher dann auch hier wieder er und dann in die innenverteidigung wieder zurück und zum giefer so werden wir das ganze machen und dann in den sturm natürlich so war das natürlich auch sehen z m und die beiden stürmer also ihr seht da ist nicht wirklich viel ausgegeben worden ist eine billige günstige spc und wie gesagt wenn das ganze einfach nur vom prinzip eins zu eins nachbauen wollt benutzt das gleiche prinzip dann wird das perfekt auch passen benutzt natürlich erst mal das was ihr im verein habt erstbesitzer so kommt ihr am günstigsten auf jeden fall weg ja vier spc damit abgeschlossen und als gruppen reward bekommen wir folgendes wir schauen uns das ganze jetzt direkt mal an und werden das ganze jetzt auch stückweise direkt aufmachen in elektrum spieler pack so und das machen wir natürlich jetzt direkt auf denn es kann uns weiterhelfen bei den nächsten spcs ein seltener ist am start aber wer weiß wer weiß was drin ist sechs silber sechs gold das steht auf jeden fall schon mal fest die frage ist welcher spieler und was haben wir ist es ein workout ist es eine wand ist es gar nichts es ist ein franzose 1 zm und ein andre also zm franzose gar nicht mal so schlecht warum werde ich euch gleich zeigen denn die nächste spc fordert folgendes wir haben ja auf jeden fall einige spieler baum richtig nice richtig gute spieler hier auf jeden fall am start das gefällt mir richtig gut mail and nights oder auch einiges an wert haben gefällt mir auf jeden fall sehr sehr gut hier spanier zm kann auf jeden vergleich wichtig werden für die nächste spc und diese wollen jetzt direkt mal reinspringen und das ist sechsfach wie sieht diese spc aus die schauen uns direkt mal jetzt an und zwar ist hier folgendes am start 1 4 4 2 mit wie gesagt zwei zm und deshalb wichtig zum beispiel der franzose oder den spanier den ich eben gezogen habe den könnte man zum beispiel dann direkt hier verbauen wenn man denn wie gesagt bock hat wir gehen kurz auf die voraussetzung ein nationalitäten müssen wir genau sechs haben hier am start bei der spc spieler mit derselben nationalität maximal drei also da die begrenzung maximal drei aus einer nation spieler aus einem verein maximal drei wir haben eine gesamtwertung vom team her von 75 die aber punkt genau erreicht die teamschmie von winzens 85 wir haben 100 erreicht das heißt für euch das ganze könnt ihr auch 1 zu 1 wieder nachbauen das prinzip seht ihr ja wie ich das ganze von prinzip aufgebaut habe erkläre ich euch gleich und anzahl der spieler im team sind elf ja was habe ich gemacht als erstes und zwar habe ich mich erst mal hier umgeschaut auf der rechten seite und da habe ich mich für drei franzosen entschieden die ich direkt im verein hatte einmal stürmer einmal zm und einen rechten mittelfeldspieler passte also perfekt drei grüne links besser geht es nicht also strong links hier auf jeden fall am start ja und dann auf der linken seite habe ich mich für die deutschen nation entschieden weil ich kurz davor gomessage gekaufte nicht gekauft hatte sondern gezogen hatte den z m hatte ich wusste ich und linken mittelfeldspieler die aus der dritten bundesliga würde theoretisch auch gehen ich habe mich jetzt hier für den z m entschieden damit ihr das hier auf jeden fall sehen könnt dass auch zum beispiel ein z m ganz entspannt auf die lm position reinpassen könnte ihr seht ich habe trotzdem 100 teamschmie aber vom prinzip auf jeden fall auf der linken seite einmal hier so ein dreieck grünes dreieck bilden aus einer nation und einer liga und auf der rechten seite genau das identische hier mal in die abwehr da habe ich mich für eine liga entschieden und zwar für die premier league wir sehen generell haben keine liegen begrenzung am start wir haben nur nationalitäten begrenzung und spiel aus einem verein maximal drei am start in dem fall jetzt hier drei spieler direkt von wordford die beiden innenvorteiliger und der links vorteiliger aber alle drei wordford spieler aus unterschiedlichen nationen das kommt natürlich schon mal richtig richtig gut der zweite engländer ist dann hier am start der rechtsverteiliger ebenfalls von der premier league und im tor war dann spanier von liverpool also ihr seht ich bin einfach in unten einer liga gegangen weil keine liga begrenzung da ist geht da gerne in bundesliga spanische liga französische liga je nachdem was ihr noch nicht am start habt ja von der nation her und wie gesagt ich habe mich dann hier für zwei engländer entschieden wir können das natürlich hier noch so um switchen ja haben wir trotzdem 100 teamchemie so sieht das ganze auch viel viel geiler aus aber ist auch komplett egal aber ihr habt auf jeden fall das prinzip hoffentlich verstanden wenn nicht schreibt irgendwas in die kommentare ich werde euch da helfen wie gesagt einfach in der defensiv in eine liga gehen und mit ganz ganz vielen unterschiedlichen nationen ihr braucht nicht unbedingt die grünen links aber falls ihr das ganze wie gesagt eins zu eins nachbauen wollt gehen wir auch hier natürlich wieder die namen durch adrian ist am start wir haben wir gehen das ganze jetzt mal so stückweise durch ramsey am start dann dawson dann haben wir mariapa dann haben wir hollebas dann haben wir hamuma dann haben wir liess melio dann haben wir konzbruch und wir haben cessa wir haben remy und gomez also 15 teamchemie mehr als wir überhaupt brauchen das auch einiges noch an spielraum wie ihr sehen könnt und damit ist die sechsfach spc auch ganz ganz simpel abgeschlossen also gar nicht so schwer wie das ganz vielleicht aussieht ein gold spieler pack bekommen wir da anscheinend und das machen wir natürlich auch direkt wieder auf gold spieler pack und wie gesagt ich bin mega gespannt auf den gruppenreward 55k set 12 gold spieler ein seltener jetzt hier am start mal schauen was wir am set haben mal schauen hashtag pack gerne in die kommentare auch wieder rein ballern und was bekommen war das sieht doch eigentlich schon mal ganz nice aus oder ich muss die pack animation auf jeden fall auch irgendwie auswendig lernen wie man erkennt dass ein walker am start des ricardo es gallo ja das nehmen auch gerne mit diesen gold spieler werden wir alles so brauchen generell komplett gold spieler natürlich hier am start ja und alles spieler die wir auf jeden fall jetzt weiter gebrauchen können warum das zeige ich euch jetzt wir gehen rein in die dritte spc der hybrid nationen spc und das ist elite achter soja die elite achter spc die sieht wie folgt aus wir gehen direkt mal rein und schauen uns die voraussetzungen an wie ich das ganze gelöst habe und zwar mehr folge voraussetzungen natualitäten genau acht spieler mit der selben natualität maximal zwei wir haben spieler aus einem verein maximal drei wir haben zwei benutzt selten mindestens fünf spieler die haben auch exakt benutzt und spieler qualität genau gold team schmied mindestens 88 90 haben wir jetzt hier und achtung aufpassen ich habe jetzt hier vier erstbesitzer benutzt das heißt das ganze könnte nicht eins zu eins nachbauen worauf ihr achten muss erzähle ich euch gleich aber ich kann euch schon mal sagen was richtig nice ist wir haben keine spielerbewertung vorgegeben oder kein rating kein team rating das ist sehr sehr gut wir müssen darauf achten dass halt wie gesagt gold spieler am start sind ja und das gute ist wir haben keine liga begrenzung wieder am start das heißt geht gerne einfach in eine liga so wie ich das hier gemacht habe ich habe mich jetzt hier für die bundesliga entschieden ja und dann haben wir einfach geschaut dass wir in actualitäten genau acht am start haben ja wir haben jetzt hier zwei deutsche am start und zwei türken mit schein und eihahn und dann als zwei deutsche den rechtsverteidiger wolf und dann haben wir auch chipka als linken ausverteidiger auf dem linken flügel posten wie gesagt wenn ihr wie gesagt das ganze 1 2 nachbauen wollt müsst ihr darauf achten dass sie ein rechter ausverteidiger steht oder wie gesagt ein rm oder ein rechter flügel oder auf der anderen seite in lm oder ein lf zum beispiel und dann halt wie gesagt hier einen ja out of position dann könnt ihr den hinstellen aber wie gesagt so wie ich das ganze jetzt hier 1 zu 1 gemacht habt könnt ihr das ganze nicht 1 zu 1 nachbauen wichtig ist auch hier wie gesagt die seltenen fünf spieler mit am start zu haben die musste ich jetzt einzeln noch dazu kaufen und falls das ja quasi grob 1 2 1 nachbauen wollt bis auf den einen oder anderen spieler halt nicht hier noch mal kurz die namen und ihr seht für was ich die gekauft habe das ganze moment wieder falsche richtung die ist auch nicht wirklich teuer wolf als rechtsverteidiger dann in vertreten bojata eihahn dann haben wir event dann haben wir es simsuku oder wie ausgesprochen wird schein m mckenny und steffen wie kost und chipka also wir mehr deutschland vertreten wir haben die niederlande wir haben die türkei usa ihr seht was alles vertreten ist und so weiter um so short elite achter auch das vom prinzip her an sich eine simple spc und auch nicht teuer wirklich also ihr könnt die spanische liga gehen französische und so weiter und so fort sucht euch da was aus schaut wovon habt am meisten vielleicht an goldspielern im verein wovon auch viele seltene spieler davon habe ich jetzt kaum welche wirklich am start gehabt habe ich jetzt einfach für die bundesliga entschieden und an andere spielern und vor allen dingen an vielen nationen seht ihr hier ja da hakt es auf jeden fall nicht in der bundesliga insofern die bundesliga auf jeden fall eine gute option wir bekommen das nächste pack schicken das ganze hier ab elite achter damit abgeschlossen und ein prime goldspieler pack was wir hier direkt bekommen gar nicht mal so schlecht wie ich finde zwölf goldspieler sechs selten was haben wir im set drin das die große frage und wir hoffen natürlich was gutes kommt schon die let's go dass sie ein walkout oder was frankreich mittelstürmer barcelona und es wird grießmann oder was oh mein gott 89er grießmann nein ich habe gestern klose gezogen leute und jetzt einfach grießmann aufnahme läuft oder jawohl und er fällt hin er kann selber nicht glauben grießmann oh mein gott leute was nie los eskalation der schimpf kecker in die kommentare lasst ein like da mega geil mega geil sorry das nicht so ausraste aber ich habe damit kann man doch nicht rechnen ja ich bin einfach keiner der jetzt irgendwie irgendwas überspielen will ja so reagiere ich auf packs so ist das einfach grießmann antwan ich habe es gar nicht erst gecheckt frankreich mittelstürmer barcelona ich denke mir so ja kein messi wer ist es denn aber natürlich der neuzugang antwan grießmann mal gucken dahinter kann auch was sein im pack ist es nicht aber ein paar goldspieler die wir auf jeden Fall gut benutzen können grießmann was bist du wert oh mein gott yes 200.000 münzen unfassbar gestern eigen gezogen die 320.000 münzen wert ist habe ich noch nicht verkauft den klose ich biete ihn immer wieder an und jetzt bekommen wir einen der über 200k wert ist oh mein gott leute innerhalb von zwei tagen 500k und das nur durch spcs wie geil ist das denn antwan grießmann ist auf jeden fall am start unfassbar unfassbar wir gehen rein in die nächste spc in die allerletzte von den hybrid nationen spc und das ist rund um die welt ja freunde und die rund um die welt spc sieht wie folgt aus wir haben aber folgende für bedingungen und zwar nationalitäten genau zehn selten mindestens acht spieler team gesamtwertung mindestens 81 team spiel mindestens 100 und anzahl der spieler im team sind 11 wir haben jetzt einmal 1 2 3 erstbesitzer hier am start das auf jeden fall schon mal für euch im hinterkopf also man braucht auf jeden fall einen erstbesitzer hier mindestens am start das ist ganz 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 wichtig und ja sonst müssen wie gesagt falls ihr nur einen erstbesitzer am start habt sonst wahrscheinlich noch mehrere erstbesitzer müssen sonst am start sein logischerweise wenn ihr zum beispiel einen out of position stellt ja das schon mal ganz ganz wichtig zu erwähnen vom anfang an weg dazu hätten wie gesagt genau zehn haben auch gemacht selten auch nur mindestens acht am start sein wir haben jetzt neun seltene benutzt ist kein problem ein 80er rating wie gesagt ist hier ein bisschen problematisch team gesamt 100 ist wie gesagt auch ein bisschen problematisch da müsst ihr wie gesagt daran denken erstbesitzer bonus und so weiter und so fort anzahl spieler im team sind elf und ja ich bin jetzt hier wie ihr sehen könnt in die kalzio a gegangen in die serie a ihr könnt auch gerne auch natürlich die bundesliga gehen oder auch wieder eine komplett andere top liga premier league oder so weiter wo auch immer ihr hin wollt und ja wir werden das ganze jetzt hier wieder durchgehen für euch und dabei folgende spieler am start wir haben stracoscha 15 am start sanchez aber start für 1 9 gehen wir wieder von der verteidigung bis oben hinter nilo leider war jetzt hier kein wie heißt da basta oder so als rechtsverteidiger auf dem transfermarkt deshalb der billigste rechtsverteidiger der nicht italiener ist ist dann hier für 24 gewesen enkulu 13 dann bastos 950 11 für radu dann aber kriegt chito er als erstbesitzer genauso wie zielinski genauso wie parolo mit italien als rm auf dem rechten flügel 1000 haben wir für ihn bezahlt sapata 212 und 19 wie gesagt für sanchez und wenn jetzt auf die einzelchemie achten wir können jetzt zum beispiel um ein chemie punkt rauszuholen den miktarien vom rechten mittelfeldspiel zum rechten flügel noch machen oder paroles zum beispiel vom z dm zum z m aber ja wie gesagt das ist hier nicht notwendig links verteidiger könnte noch zum linken ausverteidiger machen oder dann wie gesagt dann zum rechten außenverteidiger um wie gesagt noch hier einzelne chemie punkte rauszuholen ist bei uns jetzt hier nicht notwendig deshalb schicken wir das ganze ab rund um die welt und wir bekommen seltenes spieler pack nochmal obendrauf also 50k set nochmal obendrauf aber wie gesagt wir bekommen als gruppen reward und das sehen wir jetzt hybrid nation abgeschlossen perfekt und zwar ein bescheid ein seltenes mega pack 55k set ist am start und eben gris mal schon gezogen den habe ich tatsächlich auch schon eben angeboten wie ihr sehen könnt und hier habe ich erstmal schön verkauft 205.000 münzen habe ich ihn bekommen also das auf jeden fall sehr sehr nice und hier ist close am start mal jetzt runter gemacht auf 300.000 münzen mal gucken ob er dafür rausgeht aber mal schauen welchen preis er dann rausgeht also erst das 50k set und dann das 55k set wer weiß vielleicht haben wir noch mehr pack lag am start wir wissen es auch nicht wir werden es jetzt erfahren und was haben am start kommt schon EA hauen aber was raus kein walkout meine ich bin mir aber nicht sicher was wird's lazio 83er serbi alles klar okay also 83er serbi immer in der wand das nehmen wir auf jeden fall sehr sehr gerne mit und weiter geht es auf jeden fall hier wieder mit einem serie a spieler also das hat auf jeden fall was gebracht seltene spieler tun immer gut will dem rossi kommen erst mal auf die transferliste und dann jetzt mit dem seltenen mega pack werden wir dieses wunderbare video wie gesagt gris mal wieder am start gewesen ich kann überhaupt nicht meckern ich bin mega happy über das pack lag insofern es kann nur noch schlechter werden aber wer weiß was für so schönes bekommen nächstes pack kein walkout portugal torhüter und es wird wieder ein 83er meine ich meine 83 geräte genau rui patricio die nächste wand ist am start rui patricio nimmt natürlich gerne mit und ja wie gesagt grießmann kann keiner toppen wir haben gestern klose gezogen also es ist einfach nur richtig richtig nice richtig geil und beschweren kann ich mich da auf jeden fall überhaupt nicht meyer und so weiter am start party für das karten sehr sehr nice also eine top sbc wie ich finde alles in den verein damit und damit soll es gewesen sein mit diesem video ich hoffe wir sehen uns dann wieder bei den nächsten spcs wenn es weiter geht mit den fortgeschrittenen spcs und damit soll es gewesen sein haut rein bis zum nächsten mal euer flo von archie gaming ciao leute bis zum nächsten mal wieder